Ich habe festgestellt, dass wenn du in den Urlaub fährst, das Allerwichtigste ist, dass du wirklich ein komfortables Hotel hast. Ein Ort, an dem du entspannen kannst. Ein Ort, der ruhig ist. Ein Ort, der dir natürlich auch gute Serviceleistungen anbietet. Und in diesem Video zeige ich dir die besten Hotels meiner Meinung nach für deinen Urlaub hier in Hua Hin in Thailand. Die Hotels sind ja schon in Europa ganz gut, aber hier natürlich in Thailand oder auch allgemein in Südostasien ist das dann doch nochmal eine ganz andere Liga. Ich bin die Hotels. Hier kann man es gut aushalten. Hier kann man es gut aushalten. Was natürlich nicht fehlen darf, ist eine Salatbar. Die besten Wurstaufschnitte, die du dir vorstellen kannst. Käse natürlich auch. Ja, volle Punktzahl. Fünf Sterne. Spa, Treatments, Gesundheit, Entspanntheit, Spaziergänge am Strand, all diese Sachen. All das ist machbar in hoher Hände. So, Workout-Tanzier-Team. Sportruhe hinten gehört dazu. So. So. Jetzt präsentiere ich dir ein weiteres Hotel. Heritage-Style. Etwas intimer das Ganze. Deutlich weniger Apartments, Wohneinheiten, um wirklich zu entspannen in hoher Hände. Übrigens, all die Links zu diesen Hotels findest du in der Videobezeichnung unter diesem Video. Und jedes Mal, wenn du damit was buchst, bekomme ich eine kleine Kommission von der Plattform. Für dich selber ändert der Preis sich nicht. Auch das ist natürlich ein wahrer Traum. Direkte Lage dann am Strand. Das ist wirklich eine weitere absolute erstklassige Hotelanlage. Lohnenswert. Das darf natürlich nicht fehlen im Urlaub. Der Strand. Zeit für ein weiteres Hotel. Dranbleiben. You. You. There. You. 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 Das ist jetzt ein ordentliches Zimmer, also ein Bagezimmer, schauen wir uns das mal kurz an. Dusche. Perfekt, alles gut. Die Details dieses Hotels lasse ich dir unter der Videobezeichnung zu kommen. So Barry you choose a nice place to live here. It's a nice place to live. Oh there's the elephant tree, it's stunning. So you enjoy your stay here in the hotel of Santara? Yes, it's a very good hotel, very nice people. You get treated by like a king. It's very nice here. Beautiful. Nice people, beautiful views, everything. Wirklich super Umfeld für dieses Hotel. Natürlich direkt am Strand gelegen. Also Barry, da hast du wirklich eine gute Wahl getroffen mit diesem Hotel. Yes. Nicht schlecht, würde ich sagen. So und hier ist der direkte Zugang dann zum Strand. Perfekt. Wirklich einladend, um einfach hier einen kramhaften Urlaub am Golf von Thailand zu haben. Natürlich eines der besseren Häuser hier in Hua Hin. Ich würde sagen, wenn du es ein bisschen luxuriös haben möchtest, dann ist das wirklich die richtige Wahl in diesem Ort wirklich die richtige Wahl in diesem Ort. Watch. Nice room. Every day they make it up. Every day. Watch. I love the design. It's beautiful. See you with the roof. So, ein Mix aus Luxus und Budget. Kur Hin hat einiges zu bieten. Es ist wirklich lohnenswert, hierher zu kommen. Und wenn du wissen willst, was dich hier erwartet, dann schau dir jetzt das nächste Video an. Mit Peace und Blessings verabschiede ich mich. Dein Marc. Adios. Wir haben eine Blatt. Immer entscheiden. Das ist wirklich das radiation, letzte Mal. Komm Basic und Minister Becker. Mohammed-lassen. dismissagen?